ich habe das TG gelegt habe ich es gut ausgefüllt Jan ich fahre aus ich baue nur deinen Baum hier weg ich habe das Dorf an der Zeit wo wir das ganze Dorf gefühlt haben musste er sein Hausfühlen so große Städte ich habe da sind aber ich hab's auch richtig voll ich mach ja weil du einfach so neger groß alter Junge du ist übertrieben ja da ist es hat echt voll voll große Volumen dann muss man mir reingucken guck ich jetzt den Dani als das Sprenger dann ganz anders der Verbindung ja ich hab die Verbindung Sprenger bitte von einem Wald da weg ja genau da wollte ich habe Rato ja also zünden wir oder sonst geht es ganz hart aber was wollen die denn noch machen ich will doch mal deinen Leitern wenn das geht es mal wer mir so viel Zeit verbracht in dieser Welt ist es auch am Ende keiner mehr wenn das so lange geht ja gut die können ja vorspulen wenn sie toll also ich weiß nicht was ich mache ich abschalte hä? Maulhalte hä? warum hab ich so viel Stuff im Inventar also ach so ich hab irgendwas kaputt gemacht glaub ich ähm flieg grad drüber ich finde Freddys Haus sieht noch nicht so ganz zuverlässig aus bisschen wenig ich mach hier auch grad die Eise fahren nur ein wenig voll ja innen hab ich gar nichts gefüllt ich hab nur außen bisschen ah Freddys Haus ist wenig das reicht doch so mir hast du bei mir mal reingucken was da ich flieg gleich mal zu dir rüber als ob du es hier noch mehr hin machen musst ich zünde jetzt jetzt chill doch mal ah nein warte ah Alter das bei Freddys reicht doch als ob man es übertreiben muss das Junge wie das ziehst du nicht in die Ewigkeit was hast du in der Mitte gemacht? ich hab da eine Fläche gemacht die hatte kein Junge da ist da ist ein Loch als ich weiß nicht ob das ich weiß nicht ob das ich weiß nicht ob das korrekt darf Jan komm mal kurz her nein chill warum ja der Typ der bei Dani das TNT in die Luft gebaut hat das hat keinen Wert das fällt nach unten ins Wasser ich hab doch einen Tee das war Dani selber nein fällt es nicht fällt es nicht weil sonst wär ja vorher das hier nicht rüber gekommen Domme Domme ich hab doch TNT über den Rosen gebaut ja aber Dani hat weil sonst wär das was vorher beim Leben schwer ja ok das war über Wasser ja ok die ja es sind die den Penis ja fangen wir an alter nein fangen wir an in der Mitte an hey die sind in der Mitte ich brauche gerade ja ich hab doch den Pen da hast du da jetzt den Repeater noch denn dann kann man es ablaufen lassen Cool Ja in wirklichem Penis ich das jetzt nicht, aber egal Hä, wie platziert Dom in die Blöcke? Ganz schnell einfach Ah, alles klar Kommt ihr hoch zu mir, da sieht man sobald er schreit Warte noch kurz Ja Junge, sobald da ein paar Blöcke hochgeflogen sind, sieht man eh nichts mehr Ja ist schon lustig Aber hier oben sieht alles noch richtig cool aus, es leuchtet alles noch richtig Wo fangen wir an beim Penis? Ja Dann muss ich da ein Rest halt hinlegen Kurz Ja Ja, wir warten kurz, Alter Halt's Maul Einfach, man kommt einfach so random, warte kurz Das ist wie früher, Alter Ja Als ich das zum ersten Mal dann an die vorne hab und drüber gelacht hab Ja Ich kam einfach random irgendwann noch Warte mal kurz Was machst du da jetzt? Wie? Warum machst du das eigentlich? Das geht doch nicht mal Aber führst bitte zu dem Schlammwerk Ja, aber ich hab doch nen Weg hingebaut Zum Schlammwerk Aber führst da bitte da hin Hey, was machst du jetzt? Ja, wenn du das... Achso, willst du das so machen? Okay, Entschuldigung, ich dachte Du legst jetzt Redstone hin Alter, was machen die Kühe da oben? Chillen die Alter, Jan Jan ist ein Vergeser Jan ist ein Vergeser Jan Du hast mit dem TNT den Kühen und Schafen neue Ja Möglichkeiten eröffnet Die können jetzt auf den Zaun drauf Alles klar Voll nett von dir, Alter Wo bist du? Ach du Du willst dich verarschen, Alter Raub Mach mal den Creeper weg, der kann alles sprengen Na gut, der wird dann normaler Nicht aggressiv Nicht aggressiv Momokos Testlauf Was für Testlauf Machs dunkel, Jan Achso, warte Kann der auch Hey, nee, darf nicht Warte, ich will auch nur kurz Ich will auch zu euch Aufs Los gehen Alter Wie dunkel muss man es ja machen I'm set night einfach Dann ist aber nicht ganz dunkel Dann wird es dunkel erst Ach halt so 20.000 oder sowas Ja, ich glaub Ja, ich glaub Ja Komm gleich Komm gleich Okay, ich komm zu euch Also es bleibt jetzt nacht die ganze Zeit Ahasch Ja, okay, alles klar Alles läuft ja schon Alles läuft ja schon Als ob Bau schnell den Repeater Nein, ich hab doch schon einen abgebaut Wir gucken, ob alles funktioniert Das doch Hat so ein bisschen komplex, ey Vor allem so funktioniert das echt nicht Du Bolo Was? Das funktioniert so nicht Du musst das direkt ins TNT rein Ah doch, das funktioniert doch Weil ich glaub, wenn der Stein gepowered ist Dann wird das TNT dann eben auch gepowered Ja, wir fangen ganz einfach Jetzt können wir eigentlich mal anfangen, Alter Ah Warte, Start Dani, Alter Was bist du für ein lustiger Kokosch? Oh, leider Musch hier hoch zu mir, ja Viel höher Ja, dann wird es aber nicht mehr geladen Hä, wer steht jetzt Du Ficker Ja, was ist? Hab ich gerade erschrocken hier Ich hab kein F1 Jawoll Geh mal aus dem Bild Sorry Okay Alter, das lag schon 8 FPS 6 FPS 5 FPS 4 Guck Noch 3 Schaut mal bitte zur Eisenfarbe rüber Da hab ich auch nochmal eine Fläche ausgefüllt Oh, Junge, Alter Yo, Junge Also, Dani, deine Haube sieht so geil aus Das ist einfach ein Polscht Jetzt, ich hab wieder FPS hart Bei mir läuft's wieder flüssig Ja, bei mir läuft's auch recht flüssig Ich hab wieder 30 Oh Hä, überall explodiert Zeug ohne dass ich das TNT sehe Alles klar Ja Verschwunde gehen, dann sieh ich was Ja, jetzt guck da Jetzt muss man wieder reingehen Ich geh mal zur Enderfarm Äh, zur Eisenfarm Ich hab's auch komplett auseinandergefickt Ich hör einfach wie ein Villager Schaden kriegt Haha Oh nein Bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020